so können wir uns nicht leisten und können wir uns alles nicht leisten ich bin pleite okay da ist noch einer mal sehen Salz einmal auf 100% bringen bisschen Maschinengewehr Munition und weiter geht's da soll ich hin also werde ich hier längs gehen Downtown Emporia hier kann man ja echt viel rumlaufen ich hätte nicht gedacht dass das so weitläufig ist von dem war ich da oben ja noch gar nicht nein das war der Köder ouch wow ich guck glaube ich doch mal hier oben was hier ist okay hier oben ist nix gut dann geht es weiter hier unten mann ich penn ein Leute hier dementsprechend bin ich total äh neben der Spur während ich hier spiel merkt man ja schon da oben komme ich nicht ran ich würde gerne an den Haken da oben ran zu dem Haken komme ich leider nicht da gibt es Deckung und noch zwei Frachthaken hm hm haufenweise Automaten haufenweise Automaten okay war ich hier nicht schon okay war ich hier nicht schon Financial District ah ja genau okay gut dann weiß ich jetzt ungefähr wo ich bin da oben ups daneben ich brauche mehr Geld klar doch immerher damit ich guck schon nicht mehr hin okay da sind die ganzen Distrikte okay verwirrt mich nur ein bisschen mehr ja sieht irgendwie schon geil aus Briefkästen looten ah der wurde schon gelootet Moment hier gibt es echt so viel zu entdecken so viel gab es im ganzen Spiel vorher nicht zu sehen also zumindest kommt es mir so vor hat was wo denn zeig mal ich sehe es gerade nicht wo ist denn das keine Ahnung okay der Fahrstuhl ist wohl kaputt der ist definitiv kaputt hm ich hätte jetzt mehr erwartet hier drin naja gut ne die ist vergittert uh wo geht es denn hier hin einfach nur auf die andere Seite ah einfach nur auf die andere Seite okay okay schade ich dachte hier kommt man vielleicht durchs Fenster da ist ja da ist ja da ist ja zum knacken ah wie viel Lockpacks habe ich denn noch so siebzehn habe ich noch Horder okay 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 dann gehen wir hier mal rein oh wie schade da geht es nicht weiter aber das liegt da Stiefel Overkill beim töten mit exzessiven Schäden werden nahe Feinde betäubt das habe ich jetzt ah das mit der Skyline finde ich eigentlich besser verdammt ich habe irgendwie schon so die besten Sachen und immer noch kein Buch gefunden ah hier war ich eben schon so rum naja da Treppe rauf ja da soll ich auch längs Zukunftstockhaus gut jetzt gehen wir endlich der Mission nach boah 3 Stunden 50 ich wollte eigentlich schon vor vor 40 Minuten Aufnahmepause machen Habe ich die schon? ach ja hier bin ich Memorial irgendwas? Moment das war doch nicht das wo ich wo ich versehentlich längs gelaufen bin mal wo waren denn die Scharfschützen? verdammt jetzt habe ich mich echt verlaufen war ich in dem Laden schon drin? ja da war ich schon drin ok wo ging es denn jetzt nochmal dahin wo die wo die alle rumgeballert haben was denn? war hier irgendwas? hm schade zugemauert alter ich lauf mittlerweile im Kreis hier weil ich nicht mehr checke wo ich war ich bräuchte echt ne Minimap ok irgendwo ah ist zu irgendwo konnte man rum äh nicht rum sondern hochlaufen nee runter war das hier? hm ja hier war das da war da oben der Haken hier war irgendwo ein Scharfschütze Moment hier war ich schon alter da wollte ich hoch muss kurz ohne mich gehen hm warum kann man da hm ne hier rum zu laufen bringt ja nix äh hier geht es gar nicht mal weiter hm hepp hepp warum gibt es warum kann man hier eine Leinwand hin machen? hier gibt es ja nix hm ouch das tat weh ich dachte hier gibt es irgendwas aber nö scheinbar nicht gut gut dann gehen wir jetzt zu Comstock so ja ich sag auch schon nichts mehr ok ok gut hier links Comstock Haus ok ok hier waren die hier war auch nix hier war auch nix ja dann gehen wir da wohl mal rein unter diesem Tor liegt Comstock Haus ja da war ich auch schon tja dann muss ich da wohl mal rein o hm hh h h h h h h h Okay, da war ich zwar schon, aber Da muss ich wohl doch nochmal hin Das kommt davon, wenn man irgendwo längs läuft, wo man nicht längs laufen sollte Dann passiert sowas Toll Super Wo willst du hin? Toll Untertitelung des ZDF, 2020